Matthias, Bonano gegen Neat Die sind perfekt da, die sind perfekt da Aber dass ich hier keinen Mod habe, der Titel macht, ist auch Wahnsinn Wir sind hier im Viertelfinale Also meine Mods, meine Mods sind der Wahnsinn Wir sind hier im Viertelfinale Wir wollten auch ein bisschen Urlaub machen Ich merke schon, ich glaube ich musste mal ein paar aussortieren hier Was brauchst du, alles gut, habe ich schon gemacht, Titel habe ich geändert Ich bin Rivals, ja Digga, das ist ja nicht nur an dich, ich habe ja nicht nur einen Mod, weißt du Die Sache ist, die Sache ist, habe ich schon padden gegangen, ist ja auch nicht so schlimm, Digga Aber ich brauche diese Mods, die Late Night da sind, Digga Ich brauche Late Night Mods, die so bei den Turnieren dabei sind Warte mal hier, was hat denn hier los? Du hast Greta, was willst, ich sag dir so, Greta ist ein Top Mod, leider, leider ist das Problem, sie ist überall Mod Deswegen Ich schwöre damals, man muss sagen, Antoine damals war crazy, Antoine leider zurückgegangen Wo schlagen, geschlagen Das ist heiß, doch? Das war's. Oh. Mahlzeit. Ich muss jetzt gerade Wein kommen. Und... Who's your opponent? St. Grayson. He has to invite you, man. Schmerz mit Rund. He is so cool. Puh, Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh. Ist ja gewoon eine Rundpip eigentlich. Wir sind jetzt gleich im, wir sind vierte Finale. Ne, achte Finale. Gleich vierte Finale. Bis zum nächsten Mal. 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 Moin, Moin, wie das, gell? Oh, oh, neat. Werf, Motrinne? Moin, Raskai. Mach Break it, Digga, wenn kannst du sehen. Ich weiss es gerade aus dem Kopf nicht. Oh, 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 oh. Oh. Just. Ich weiß nicht, mit Fernsehen, jetzt müssen wir alle unter Kontrolle. Oh, neat. Oh, neat. Moin, Finn. Oh, oh, oh. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Neat Out. Das war's.